So, mysteriöser Brand zerstört Hotel, Manager gibt Außerirdische Robo und die Schuldermittler den falsch verlegten Kabel. So, was haben wir noch mehr? Komm nur näher! Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us! Schalter eine Verbesserung. Ne, ich wollte mal Pucks. Etwas billiges? Ne. Ganz billig. Ich habe Armageddon hier noch nicht? Okay, ich will noch mal nach Dornen fahren, um was das Armageddon hier zu tun hat. Oh, da hole ich mir das arme Ganno noch eben rein. Ja, dann wird das Symbol. Äh, die liebe Gühe schon wieder. Ist da wer? Außerirdischer! Ob einem das mit den Wechseljahren auch zweimal passieren kann? War zweimal die Wechseljahre? Ein guter Tanzzug! Du schließt mir im Weg! Ich ziel mir... Ruf die Armee! Ruf die Marines! Um unsere Invasion vorzubereiten, müssen wir die Mura... ...schwächen, indem wir so viel Schaden wie möglich anrichten. Wir haben keine Zeit zu verlieren! Also an die Arbeit mit dir! Und zwar... JETZT! Jawoll! Ja, unsere Lieblingsfusion war hier jemand. Vernichtung 3. Außerirdischer! Kommunist! Weißt du, wie sie mich im Krieg genannt haben? Falt! 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 50. ота ucher falt! 90. Aus VidESS 0. �anger k Verdammt, so eine Mikro-Göhne. So, das muss definitiv schnell nichts runter. Was glaubst du, wo du hingehst? Kleine grüne Menschen! Dir läuft die Zeit davon! Und die Zeit ist abgelaufen! Wir sind hier auf der Arbeit, nicht im Urlaub! Oh, voll an euch! Ich habe genug von diesem Ort, die menschlichen Behausungen, die Fahrzeuge, diese stinkenden Gebäude volltieren! Hescher ist ja allein! So, komm. Komm! Gut geschossen, Krypto! So, wo ist das, dass ich ein bisschen absaugen? Absaugen! So. Martha! Hol mir die Schrotflitte! Die Schädlinge, schnapp! So, den wird erst mal leer gesaugt hier. Du hast nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. So. Wo hänen? Danke! Wo hänen wir? nuestros nur молодigen압 sind. Dann fange ich durchge 번 portiere Keine vom oder? Oh, nein, das ist komplett durchge ED. Gute Arbeit! Beheilung! Nicht mit der Vernichtungsordnung! Wir aufhören! Die Zeit ist abgelaufen. Wir sind hier auf der Arbeit, nicht im Urlaub. Die Zerstörung muss hier besser gehen. Das ist auch zu mickrig. Ich habe genug von diesem Ort. Die menschlichen Behausungen, die Fahrzeuge, diese stinkende Gefulde von den Tieren. Escher ist ihr allein! So. Dann zaubern. So. 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 Nur noch eine Minute übrig. Halt dich ran! So. Gebäude weg. Das wäre weg. Also. Abgehm. Von. Das wäre weg. Oh, was hab ich dir gedacht? Hervorragende Arbeit, Krypto. Gute Abend, Krypto. Was kaputt? Mit dir läuft die Zeit davon. Ja, das mag ich. Und die Zeit ist abgelaufen. Wir sind hier auf der Arbeit, nicht im Urlaub. Okay, ich versuche noch einen. Eines wird das machen. Ich habe genug von diesem Ort. Die menschlichen Behausungen, die Fahrzeuge, diese stinkenden Gebäude voller Tiere. Escher ist hier allein! Du bist der, der meinte! So. So, das haben wir hier weg mit euch. Versuch's doch, Klappel! Das ist ein Mann! Hilfe! Nur noch eine Minute übrig. Halt dich rasch! Was ist das? Was ist das? Mach! Abstand! Alle hier! Alle hier! Alle hier! Alle hier! Alle hier! Alle hier! Schurz und Asche! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Nicht rasch! Einreißen! Ich wusste aber was hier viel wert ist. Hervorragend! Ja ich hab ich... Habe ich das? Habe ich? Erster Stand zumindest geschafft. Verdammt. Schattet so gut wie. Jetzt würde ich es so machen. Ich habe genug von diesem Ort. Die menschlichen Behausungen, die Fahrzeuge, diese stinkenden Gebäude von Tieren. Escher ist ja allein! Verdammt, wenn man diese Kommunisten hier... ...kommt. Die Kugel ist ein Kugel. Die Kugel ist ein Kugel. Was glaubst du, wo du hingehst? Was glaubst du, wo du hingehst? Die Kugel ist ein Kugel. Perfekt! Gut geschossen, Krypto! Nur noch eine Minute übrig. Halt dich ran! Hervorragend! Die Kugel ist ein Kugel. Schottet Asche! Schottet Asche! Sagen los! Halt dich ran! Auf die erste Stande schütten! Mit mich! Beeilung! Nicht mit der Vernichtungsorgie aufhören! So, endlich fertig verlassen. Zumindest etwas. So, ich scho, Motorchef. Also, was willst du gerne verbessern, du kleines Bündel ungebremster Wut? So, ich brauche ein bisschen mehr. Oh, ja. Oh, aber Juton ist auch. Verlassung für den Ionendetonator. Hier gibt es auch noch in Amogadam 8 nichts. Oder? Wenn ich mal ein bisschen mache. Und, ups. Vielleicht ist Rockwell ein bisschen mehr zerstörungsfreundlich. Das Ende ist nah. Es ist wirklich, wirklich nah. Ich bin auf der Kloser. Ich könnte zurück an die Arbeit gehen, aber wenn ich diesen Boden noch einmal poliere, falle ich einfach tot um. So. Wenn ich nur Joe Bob meine geheime Liebe gestehen könnte. Also, Joe Bob dem Huhn. Ich liebe dieses Tier so sehr. Armstier. Dieses Auto-Kino ist eine Brutstätte für stark zensierte Lust und Kriminalität. Wenn ich das... Loll, ich hab deine Kühe gesturren. Loll, ich hab deine Kühe gesturren. Loll, ich hab deine Kühe gestehen. So. Gut geschossen, Krypto. Du hast die Hälfte deiner Zeit verschwendet. Verdammt, verdammt, ich komm schnell rein. So. Die Kappen hat den Servat. Ich brauche mehr Energie. Oh, die geht da nicht. Kann die kaputt gehen. Gut geschossen, Krypto! Ich brauche die Führung zur Energie. Dir läuft die Zeit davon! Schutt und Asche! Lass dich nicht von der Invasion ablenken, Krypto! So, ich muss noch mehr an den Fahrzeugen klauen und dadurch mehr Schockwellen ausüben. Das geht da zu langsam. Dieses Autokino ist eine Brutstätte für stark zensierte Lust und Kryptik. Das liegt das! Ich bin hier zur Verfügung! Wollte ich hier auf das nicht, die Jungs zu schnauern. Auseinandersach werden! Sonst abstehen. Auf der Luftwärmung. Was ist mir selbst? mit einer Zeit verschwendet. Wie verschwendet. Gut geschossen, Quinto. Das werden sie nie wieder so aufpassen können. Was? Werner McDonough? Werner McDonough? Die wollen unsere Lebensabeln! Komm und nicht! Dir läuft die Zeit davon! Schöne Vorstellung! Ich schätze, von der Zensurstelle können wir noch ein oder zwei Dinge lernen. Jawoll. So, auch die sind Gebiet vernichtet. So, zurück zum Mutterschiff. ... Vielen Dank.